Die Faszination, die die Nordschleife ausmacht, hier kann es ja an einer Stelle hageln und an der anderen sind 30 Grad und man kann sich in die Sonne legen. Die Hoffnung von dem Instruktor, nochmal ein anderer Bremspunkt, vielleicht noch eine alternative Linie zu bekommen. Das Fahrzeug ist natürlich in seinen Komponenten einfach dafür geschaffen. Wenn man da drin sitzt und gerade durch die 6-Punkt-Note mit dem Metallverschluss, man sitzt da schräg drin, alles raffelt, das ganze Auto, man merkt richtig, wie es bewegt und wie es zusammengehalten wird, das ist wahnsinnig. Wir haben zum ersten Mal jetzt bei einem M-Fahrzeug die Wassereinspritzung im Motor und ermöglicht uns damit, die Leistung nochmal zu erhöhen. Im Prinzip ist natürlich der GTS von Bremse, Reifen, Dämpfer-Einstellung, Zugdrucksstufe einfach für diese Strecke auch richtig gut eingestellt. Die wurden für die Nordschleife, der Wagen nicht die. Die Dämpfer-Einstellung.